Mögen die Spiele beginnen, wird es von 9. bis 12. September in Kapfenberg heißen. Da geht der Bundesfeuerwehrleistungsbewerb über die Bühne. Ausrichter ist die Feuerwehr Kapfenberg-Stadt. Sechs weitere Wehren aus dem nahen Umfeld werden sie dabei unterstützen. Der Bewerb ist ein simulierter Löschangriff. Es sind 257 Mannschaften, das heißt Gruppen. Eine Gruppe besteht aus zehn Mann und rund 50 Gruppen werden aus dem umliegenden Ausland auch dabei sein. 6000 Personen werden erwartet, auch in touristischer Hinsicht besonders wertvoll. Dementsprechend viel Vorbereitungsarbeit ist zu erledigen. Schon seit 2013 ist man damit beschäftigt. Ein bemerkenswertes Engagement, durchgeführt von den vielen Ehrenamtlichen, ohne denen unsere Gesellschaft um einiges ärmer wäre. Die sind das Einsatzorganisationen, was die Sicherheit betrifft, für die Bevölkerung da. Und nebenbei, muss man dazu sagen, erfüllt sie noch diese tolle Aufgabe, dass dieser Leistungswettbewerb, und da bin ich überzeugt, klaglos und mit hoher Qualität über die Bühne gehen wird. Und das ist einfach unvorstellbar, was diese Menschen in ihrer Freizeit leisten. Es ist ein Überzeugungen. Rose .